Unsere Herangehensweise an das Spiel ist klar. Wir sind sicherlich der Außenseiter und müssen es erst mal gegen den Ball gut machen. Insgesamt sehr, sehr eklig sein, kompakt verteidigen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange verteidigt. Das ist die Aufgabe und da ändert jetzt aber auch nicht der Eindruck der letzten Spiele oder sogar noch der Vorsaison der Bayern irgendwie etwas dran. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Es ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt irgendwie Transfers von anderen Vereinen zu bewerten oder mir da groß Gedanken drüber zu machen. Wenn dann ein Spiel ansteht, beschäftigen wir uns mit allen Spielern, die auf der Gegenseite stehen und versuchen unsere Mannschaft bestmöglich dann darauf vorzubereiten. Und in dem Moment, wo dann feststand, dass dieser Transfer stattfindet, haben wir uns natürlich dann auch auf diesen Spieler eingestellt und uns vorbereitet, aber das hat jetzt bei mir weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwelche großen Emotionen ausgelöst. Trotzdem kannst du dir dann schon gewisse Dinge vorstellen, wie das vielleicht dann in der Grundordnung von Bayern ausschaut und in der Art und Weise, wie Thomas Tuchel Fußball spielen lässt. Ja, und so bereitest du dich dann darauf vor. Also das ist am Ende des Tages bei dem Spieler dann genau wie bei jedem anderen, außer dass man eben jetzt nicht zu 100 Prozent weiß, wie er sich jetzt im Gebilde von von Bayern bewegt. Ansonsten ist es jetzt kein klassischer Neuner, der jetzt nur im Strafraum steht und auf Bälle wartet und über die Linie drückt, sondern ist einfach ein kompletter Stürmer. Nein, ich bin einer, der das durchaus positiv sieht. Ich glaube, für die gesamte Bundesliga, für jeden Fußballfan hier in Deutschland ist es eine tolle Sache, wenn solche Top-Spieler in die Bundesliga kommen. Von daher ist es für die Bundesliga ein absoluter Gewinn. Ich meine, wir sind alle Fußballfans, schauen gerne Fußball am Wochenende, wenn dann solche Spieler in der Bundesliga spielen, ist das glaube ich schon eine tolle Sache. Von daher, ich freue mich, aber natürlich für uns in erster Linie ist das jetzt nicht so relevant. Für uns in Deutschland